hallo zusammen schön dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren folge von final fantasy 16 also stürzen wir uns rein heute ist der tag heute geht's endlich los wir kehren nach rosalie zurück und stellen vermutlich kubka wenn alles klappt aber es wird wohl wieder eine falle von ihm sein also weiß er ist schon dass wir kommen würde mich jedenfalls sich wunderbar rück zum schloss vor jawohl und seine männer waren fleißig die äußeren mauern haben sie schon überwunden noch halten die kaiserlichen dem angriff stand aber sie werden sich schon sehr bald geschlagen geben müssen die schweine haben hier wirklich alles platt gemacht fast so als ob sie die stadt ausradieren wollten nur ein mittel zum zweck all das für ein mann das kann es doch nicht wert sein wenn ihr euch geschickt anstellt dann solltet ihr euch unentdeckt bis zum schloss durchschlagen können ich werde noch ein paar leute aufgabeln die nicht mehr rechtzeitig rausgekommen sind die macht ebenso macht mir keine dummheiten die gleiche die ich habe schlimmes geahnt aber ich weiß es ist ein altraum unser zu hause komm clef wir müssen weiter ein dolch durchs herz und das alles nur weil sit kubka die leiche von benedicta geschickt hat ja also hätte das nicht gemacht das ist ein massaker macht von nichts halt nichts zeit dass wir ihn aufhalten viel zu lange schon konnte sein treiben nachgehen nicht die stadt sie machen einfach alles platt hier durch das tor wo hier da wo da ok los muskeln ist das kev? ne schutz magie einige gegner wirken die magie protest um die verteidigung ihrer verbündeten mit einem schutzschild zu erhöhen geschützte gegner erkennst du an dem symbol über ihn zum zerstören solcher schutzschilde eignen sich besonders magie geschosse ok schlag mal ab da torgai ja 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 Also den Schutz hatten wir gleich gebrochen, ja. Der war jetzt nicht so effektiv. Protest war gegen physischen Schaden, ne? Ich glaube, Shell war immer gegen Magie. Ob ich das richtig im Kopf habe. Aber krass, selbst nach so vielen Stunden werden noch neue Sachen eingeführt, ne? Haben wir das hier, die Kristalle, einfach für ihre Katapulte nehmen. Statt damit Magie zu wirken. Nicht sehr fortschrittlich hier. Euren schlimmsten Albtraum. Also die kaiserlichen haben irgendwie überhaupt keine Kampfkraft oder Erfahrung oder alles. Oh, das waren ja alles. Gut, gut, gut. Das war ja easy. Die kaiserlichen ballern dann auch nur mit ihren Kristallen zurück. Merklich. Sehr merkwürdig. Das Spiel ruckelt ein bisschen, Leute. Vielleicht nimmt es hier ein Kilos. Da war's. Oh, das haben ja alle Protest. Das war's. Das war's für mich. Böser Hund. Ach so, ein Kiefer noch mal. Ich kann nicht gesehen. Die Dalmika, meine Güte. Da haben ja die Kaiserlichen keine Chance, ne? So, wir müssen vermutlich da lang, dann gehen wir erst nach rechts. Nein, gehen wir doch nicht, okay. Oh, der ist stärker. Sehr gut. Oh, und los. Auf ihn. Töne den. Da ist er weg. Ne, nicht ganz. Oh, gibt. Okay. Er war nicht so krass, wie er aussah. So, weiter geht's. Die Leiter hoch. Es regnet schon wieder in Strömen, sehr gut. Also draußen nicht im Spiel. Ich staune, dass das Spiel so viel los ist jetzt hier gar nicht. Dass das so ein bisschen ruckelt. Aber wer weiß, was noch passiert. Ich lese auch schon ein bisschen vor. Habt ihr gesehen? Gerade eben so. Bei den Bewegungen. Oh, da sind die Nächsten. Ja, da sind die Nächsten aus meiner Stadt. Ja, da sind die Nächsten. Komm, Kommandant. Sehr gut. Wow, ich hoffe, ihr hört gerade den Regen nicht. Es ist gerade im Felduntergang. Hier geht es auch nicht weiter. Es gibt scheinbar wirklich immer nur einen Weg. Warntauf. Ich bin sofort wieder bei euch. So, Fenster zu. Nun solltet ihr von dem Regen wirklich nichts hören. Eine Ablenkung mehr. Vielleicht sind wir am Schloss. Dann hat es ein Ende. Oh, das wird sicher episch. Mit Kuka. Oh, viel Schönes früher hier aussah. Krass, die haben die Kaiserlichen wirklich einfach niedergemittelt. Da ist das Schloss. Da ist er. Auf ihn. Wir brauchen ihn leben. Wir brauchen ihn leben. Wir brauchen ihn leben. Oh, ein Born-Sling. Cool. Und los. Ach, die Attacke ist so geil. So, neue Gegner. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich bin ein Lügel sauber, ja, va? Ich bin ein Lügel sauber, ja, va? Okay. Sehr gut. Also scheinbar wirken die Marke immer so besser, ne? Lös die Kette! Oh. Dann geht's der Tatsache. Oh ja. Was kann der schönes? Er ist flink. Ja, er ist sehr flink. Ach, ich mag seine Attacken. Oh ja. Feier sein. Nope. Nein, weg, 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 weg! Okay, das war ein lober Zimmer. Oh ja. Sehr gut. Hier drüben! Oh. Feuer und Schlamm! Er sammelt seine Kräfte. Bleib weiter an. Wir halten ihn auf. Schlamm, 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 schlamm! Ich hab's schon. Und mietze katze. Oh, jetzt sieht er aber krass aus. Ja, ich bin schon. Nein. Ja, ich bin schon, ich bin schon. Und jetzt. Da ist er weg. Ja, sehr gut. Cool, er legt. Ha. Da kommt ja gar nichts. Schnurrhaugen. Oh. Jill! Kupka. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Für den Anlass habe ich keine Mühen gescheut. Ich hoffe, dir gefällt die Kulisse. Bastard. Wirklich bedauerlich, dass dein Vorgänger nicht hier ist. Doch wir werden sicher auch unseren Spaß zusammen haben. Sachte, mein Schneeflöckchen. Du willst doch nicht schmelzen, bevor dein Auftritt beginnt. Okay. Move! Nun, auf zu den Feierlichkeiten. Ah, ist ja hervorragend gelaufen. Ich glaub, jetzt liegt's an mir. Ich glaube, jetzt geht's. Der Schopf soll rollen. Du, hol die Gefangene. Wer sich mit Geächteten einlässt, verdient es nicht anders. Hätte sie sich mal mit mir eingelassen. Befehl von Lord Kupka. Du darfst zusehen, wie deine Freundin hingerichtet wird. So eine Verschwende. Gap! Kristallfesseln sind schwer zu knacken, weißt du? Aber keine Sorge, ich krieg die schon auf. Wo ist Jail? Im Innenhof. Scheiße. Machen wir schnell. Die Kaiserlichen haben zum Rückzug geblasen und sind schon weg. Aber es wimmelt hier noch von Kupkas Männern. Überlass sie mir. Ich schleiche mich nach oben und komme dann von hinten. Beeil dich, ja? Ach. Fast vergessen. Halt durch, Jail. Ich komme. Auf Geffers verlasse. Ich muss sofort in den Hof. Äh, machen wir. Da lange geht es nicht, also da lange. Okay, dann beeilen wir uns. Was ich nicht verstehe, sind diese Fesseln unterdrückten, die die Espa fertig werden? Oder sah das nur so aus? Ist das irgendwie Seeschleim bei One Piece? Weil die hätten so da eigentlich knacken können, oder? Wenn sie sich verwendet. Ich lasse sie nicht sterben. No, wo los. Ich hoffe, du hast einen Plan, Clive, denn falls nicht, sind wir geliefert. Los. Verdammter Wolf! Wow. Jeff, kannst du stehen? Komm schon, Lord Rossfield. Ich hab dir doch nicht etwa den Appetit verdorben. Schluss damit! Ja? Es wird Zeit, den nächsten Gang aufzutischen. Mal sehen, wie er dir schmeckt. Hier, Jill. Danke, Jeff. Oh, was ist denn jetzt mit Torgal? Ist ja ein Mega. So. Wir haben ein bisschen aufgebaut. Sag mal, seit wann kann Torgal denn dieses größte Stückchen? Weiter. Erst kämpfen wir. Erst seit den Koloss, ne? Ich zähl auf dich, Torgal. Ich bin jetzt ein Kling. Kling, kling, kling. Ah, und los. Sehr gut. Ah, reicht schon? Ach, schau. Oh, nein. Das ist ein bisschen größer. Pfeiler. Okay, er will mich. Hol mich doch, wie gesagt. Sehr gut. Ja, Torgel haut richtig rein. So geil. Ihr seid ja immer noch nicht tot. Wunderbar. Dann gehört Lord Kutkes Belohnung also ab. Aber flink. Ja gut. Jetzt geht's da. ja kommt schon in einer jetzt alle waren so nur aber zum chef hammer okay auch stufa höchst 29 geschafft so kupka dein ende steht bevor die rache für alles ich verspreche dir meine hand oh ja aber wir nehmen erst ein bisschen gut auch noch was okay der zum einzigen drunter die passen kupka du kommst spät probleme gehabt keine die nicht lösbar gewesen sind das freut das freut mich und nun bist du hier um diesen thron zu verteidigen lord rossfeld das großherzogtum rosaria ein reich ohne herrscher ohne armee sogar ohne volk ein buchstäbliches reich aus staub ein tron brüchiger stuhl sollte ich sagen schluss mit den spielchen kupka was zur hölle willst du sitz kopf auf einem tablett stell dir meine enttäuschung vor als ich erfahren habe dass ich ihn nicht töten kann und meine erleichterung als du seinen verfluchten namen angenommen hast dieses monster hat benedicta ermordet und ihre leiche geschändet wer sein verfluchtes erbe antritt wird auch für seine verbrechen büßen die einzigen verbrechen für die ich büße sind meine sid war derjenige der versucht hat sie zu retten aber dafür war es schon längst zu spät also habe ich es zu ende gebracht ich habe sie getötet du hast du du hast sie getötet richtig richtig eine fügung des schicksals ich habe höchstens noch darauf gehofft auch ihm einen geliebten menschen zu nehmen ihm das gleiche anzutun doch es ist noch so viel mehr wahre rache wurde mir gewährt wir hatten einen traum ich würde zum könig der welt sie sie meine königin und zusammen würden wir herrschen wie wahre götter du hast diesen traum zerstört alles ruiniert was hast du ausgelöscht und was denkst du wie viele du getötet hast wie viele träume hast du ausgelöscht du bist nicht der einzige das ganze welt in die breche gegangen ist du kriegst kein mitleid von mir kupka kein mitleid und keine gnade schmutz ja jetzt stört jetzt stört stört dann ich werde dich tragen ein bisschen konzentration dann bin ich noch nicht sicher was er alles kann dann war echt nicht viel ja f ja 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 es stimmt immer nur an Ich werde dich ausradieren, Rossfield. Mein Hass für dich ist uferlos, unerbittlich. Dieses Schuss wird dein GERBEN. Was? Oh, verdammt! 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 Das war's für heute. 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 Ich hätte wegren müssen. Versuchen wir es nochmal? Das war's für heute. 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 Ich werde dich täten. Nicht doch, Hugo. So viel Aufregung ist ungesund. Warte! Ein andermal, Mythos. Waren das alle? Ich denke schon. Valuta Abschaum. Wer hat die bitte eingeladen? Aber heute gab es ja noch eine viel größere Überraschung. Wo hast du das denn gelernt, Torgal? Du sagst es nicht? Wie du meinst. Gav, suchen wir Clive. Ach, Entschuldige. Ihr habt den übersehen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich mir auch. Ich war so nah dran. Ohne meine verdammte Gabe wäre er mir nicht entkommen. Ich bin froh, dass du überhaupt noch lebst. Wann sind die Valuta aufgetaucht? Nachdem du ins Schloss bist. Gerade als wir mit Kupkas Trupp fertig waren, da kam Odins. Waren aber kein Problem für uns. Ach nein? Hättest du mal den bei Kupka gesehen. Also sind sie gekommen, um ihn zu retten? Kein blassen Dunst, was sich hier abspielt. Aber während wir uns das Hirn zermartern, geht uns der Bastard mal wieder durch die Lappen. Wie geht's jetzt weiter? Erstmal zurück zum Versteck. Ich bin erledigt. Und du siehst auch geschafft aus. Und alles, was Jill erlebt hat. Für Kupka ist immer noch Zeit. Oder? Ja, hast recht. Dem Rätsel deines magischen Mischlings könnten wir dann auch nachgehen. Na, wie geht's dir? Lass uns heimgehen. So, Kupka wurde also von den Valutern gerettet. Und irgendjemand hat ihn dann da rausgeholt, wo wir ihn umbringen konnten. Meine Güte. Vielleicht Odin persönlich. Es bleibt spannend. So, das war's auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Hier geht's demnächst weiter. Und bis dahin, macht's gut und bis bald. Und bis bald. Und bis bald. Amen.